So meine lieben Leute Ja Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich, nein Was will ich sagen Ich bin total verplant, man Also ich hab doch nochmal Heute ist Sonntag, wohlgemerkt Ein bisschen Zeit wieder und Jo, ich nehm nochmal auf Weil Dienstag kommt das große Internet Dann kommt sowieso ein großes Video und dachte ich mir Nehme ich vorher nochmal einen Tollen Teil auf Damit ich dann Nochmal toll sein kann Oh Leute, ihr wisst nicht was passiert ist Oh Gott Alter Schwede Ich wollte eigentlich gestern Nochmal einen kleinen Geburtstagsumtrunk machen Ja, kleine Luna hatte am Freitag Geburtstag Wihiii Und äh Da bin ich mit Freunden nochmal los Da muss ich lang, da lang Ich hab schon wieder voll verplant, was abgeht hier im Spiel Und ähm Ich weiß mal nach wie viel Munition ich hab Oh 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 Gott Da muss ich mal schnell was mitnehmen Und Jo, wieder alle so schön was getrunken Und schön Spaß gehabt am Abend Und so weiter und so fort Ich muss mir was holen. Wo haben wir denn die normale Plasma? Plasma-Energie. Einnahme-Auswahl. In-Safe. In-Safe. Habe ich die zum Inventar? Weil da steht nämlich in-Safe. Ich habe sie im Inventar, sehr schön. Okay. Und. Ja, wie gesagt, wir waren alle so, es war relativ spät abends schon. Ich fuhre nach Hause, also in meine Wohnung, wie ihr bemerkt. Oh, laut. Moment, jetzt wir testen. Hier ist maximale Lautstärke da, ja. Kann sein, dass es ein bisschen rattert. Ist noch alles sehr hallig hier bei mir. Und der PC. Den Hall hat man übrigens gar nicht gehört, den ich am Anfang gedacht hatte. Jedenfalls nach Hause gefahren. Und irgendwann so, ich glaube mal, 4, 5 Stationen von meiner Heimatbahnhof. Oh Gott. Das ist ja jemand. Eintritt Schwerelosigkeit. Off. Kredite. Ich bin ein Kredithall. Wie derbe. Wo muss ich denn hin? Hallo? Darüber. Hula 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 hula. Und jetzt da hin. Da ist ein Vieh. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich habe keinen Sternenburg. Ich bin Punk. Mich greifen hier die Punks an. Das ist gar nicht, nämlich gar kein Dead Space. Im Weltraum. Das ist, äh, 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 die Punks wollen mich alle aufessen. Ende der Schwerelosigkeit. Oh, schnell, 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 schnell. Rein, 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 rein. Er stirbt. Äh, ja, jedenfalls, äh, lieb die Bahn stehen. Ich dachte erst mal so, ja. Kurz ein kleines Problem oder so. Oh, nee, alter Schwede. Was geh'n hier ab? Technoparty. Da tanzt der gleich mit. Elektro, Hardstyle. Tanzen, tanzen. Tanz gut. So. Der Hunde, der Hunde, der Hunde, der Hunde. Ich will hier weg, Mama. Ich will weiter erzählen. Es wird zu laut. Alter Schwede. Bäh. Und dann blieb die Bahn auf jeden Fall stehen. Was ist denn hier los? Und ich dachte mir so, ja, ja, ah ja, ah ja. Und ich fuhr einfach nicht weiter, die Sau. Oh, Aufzug zur unteren, ah, okay. Und irgendwann kam auf einmal die Ansage, ja, aufgrund einer technischen Störung verzögert sich die Weiterfahrt. Kennt man ja so, ne? Nö. Immer noch nicht weitergefahren. Kam die nächste Ansage. Ja, hm. Sie werden alle zum nächsten Bahnhof geleitet. Wir warten nur noch auf die Leute. Dachte ich, mir ist ja herrlich, oder was? Tempo hier. Der Antrieb ist im Arsch. Ich kriege ihn nicht gestartet und bei all dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich ihr Litterpest. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. Ha, ha. Ist da was drin? Nö. Jo, da ist die Bahn trotzdem weitergefahren irgendwie so ein bisschen, aber nur zum nächsten Bahnhof. Und ich warte da und warte da, bis in der Bahn kommt. Da steht auch die nächste Bahn kommt dann und dann fällt aber mein Ding aus. Das ist ja aufgrund von Polizeieinsatz. Gnihihi, du nicht. Du kommst nicht nach Hause. Gnihihi. Da war ich doch jetzt. Und, ja, dann die andere hat gegengesetzt zu Bahn. Wieder Richtung Alexanderplatz, ne? Gnihihi, nein, du nicht. Gnihihi, du nicht. Ja, dann bin ich draußen. Bus gewartet. Da fuhren nur in welche beschissenen Nachtbusse, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und dann auf einmal, wie gesagt, meinte halt, irgendwann einen Ersatzbus fahren zu dürfen. Irgendwann wohlgemerkt. Aber nur zwei Stationen. Ha, wie viel bräuchte ich? Fünf. Was mache ich? Ich muss irgendwie laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. Mein Gott, hat mich schon so aufgeregt. Du durfte ich erst mal bis ans Ende der Arschkacke-Welt laufen. Ih, was ist denn das denn für die Viecher? Jetzt haue ich jemand am besten. Ey, Junge. Ey, guck mal. Guckt euch den an. Ist der besoffen oder was? Ist der hier erst mal eingepackt? Scheiße, tut mir leid, Junge. Das wollte ich nicht. Erschreckt mich doch nicht. Erschreckt mich doch nicht so. Lala. Ist das ein Arsch. Erschreckt mich hier erst ein nach dem anderen, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Du bist gemeint. Tanzen, zerstören, zerstören andere ihre Körper. Geweine. Arschpenis. Kacke Pups. Ist da irgendwas drin? Nö. Ey, diese Sounds. Ich hab auch Angst. Da lang. So, runter. Hu. 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 Ha. Hu. Hu. Ha. 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 Hu. Da muss nicht lang. Ha. 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 Da ist nichts. Da bräuchte man einen ... Was bräuchte man denn da? Energieknoten? Toll, verschwinde ich mal einen schönen Energieknoten, den ich eventuell... Junge, was machst du denn da? Du hinkst da so ein bisschen schiefer. Ih, der lebt ja noch! Bist du eklig oder was? Geh weg! Stirb! Ui, 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 ui! Ui, ui! Ui, ui! Ui, ui! Ui, 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 ui! Ui, ui, ui! Alter, nein! Es tut mir leid, ihr Josef, das wollte ich nicht! Stase, das will ich doch gar nicht! Ich hab schon eine Statistation! Und zertanzen! Ui, ui! Ui, ui, ui! Weg, 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 weg! Ihr Ekelacken! Muss ich jetzt mal kurz ein kleines Kuh verwenden, ein kleines Ding. Kleiner Hai! Dam, 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 da, 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 dam. Ich einfach mal Stase packen, das ist ein bisschen Stase und ich starte hier ruhig. Stase! Na ja, auf jeden Fall war ich äh, eigentlich 3 Uhr, was war 3 Uhr? Ungefähr als wir losgegangen sind, ich war kurz nach 6 zu Hause. Bei einer Strecke, die in Wirklichkeit 20 Minuten dauert. Toll, Leute, ne? Gott, ey. Und jetzt wieder wach. 13 Uhr 32. Jetzt nehm ich grad auf. Oh! Komm her! Watzen! Alsgen! Katsengen! Ue! Ripper klingen! Ich hab jetzt sehr viel Munition auf jeden Fall. Stase, Uni, super klingen. Was ist denn das hier? Luftkanister. Luftkanister. Luftkanister, klein, Luftkanister mittel. Okay. Ha 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 ha! Weg sind sie! Iii! Na guck dir, Mami! Mami! Du bist echtlich! Schon wieder Stase? Wer will denn Stase, Mann? Ich lass dich einfach liegen, die Kacke. Oh! Oh! Oh!